Er ist geschlossen, weil da kommt diese Sache mit dem, ich laufe durch die Straßen, hör noch den Applaus und laufe durch den Regen und da dachte ich so, ja, das ist dann heute Abend. Hoffe ja, das bleibt so wunderbar jetzt. Ja, das letzte Stück vor der Pause, die dann danach sein wird, logischerweise chronologisch, und etwa 15 bis 20 Minuten gehen wird, ihn ermöglichen wird, sich zu erleichtern, sich zu betrinken oder auch ihr Geld bei dem CD und Bücher, ja, nicht so, aber es gibt ein Notenband von mir, standlos zu werden, Afrika. I hear the drums echoing tonight, she hears only whispers of from quiet conversation. She's coming in 12.35, the moonlight wings reflect the stars that guide me towards evasion. I stop an old band along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that a hundred men or more could ever do. I pass the rain down in Africa. Gonna take some time to do the things we've never done. White dogs cry out in the night, as they grow restless long and for some solitary company. I know that I must do what's right. The sureest Keeling Manjaro rises like Olympus above the Salingadie. I seem to cure what's deep inside. Try to top this thing that I've become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that a hundred men or more could ever do. I blast the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we've never had. I'll say I'm going to take a lot to drag me away from you. I'll say I'll take a lot to drag me away from you. Wir sehen uns dann in 20 Minuten.